Die CSU kommt am Nachmittag im Bayerischen Wildbad Kreuz zu ihrer traditionellen Winterklausur zusammen. Die Themen des Treffens sind unter anderem die Sicherheitspolitik in Deutschland und die Stabilisierung des Röhrhofs. In Hamburg ist in der Innenstadt ein Neugeborenes in einem geschlossenen Koffer ausgesetzt worden. Das etwa einen Tag alte Mädchen wird in einer Klinik behandelt, steht aber nicht in Lebensgefahr. Die gute Nachricht, das Mädchen ist gesund. Die Nabelschnur des Neugeborenen ist laienhaft getrennt worden. Daraus folgern die Ermittler, dass eine Frau das Mädchen ohne professionelle Hilfe auf die Welt gebracht hat. Die rufen die Mutter auf, sich zu melden. Es ist nicht ausgeschüttet, dass auch sie ärztliche Hilfe benötigt. Dass ein gut geklemmertes Mädchen ist, dass sie die Mutter auf die Welt gebracht hat.